Jerry Stewart vorbei an Jekyll Foster, gibt raus auf Jarrett Howell, der nimmt den Dreier, Jarrett Howell, der sitzt. Trier beginnt mit Selbstbewusstsein, 5 zu 2 die Führung für die TBB Trier. Eric Linnert bekommt den Ball im 1 gegen 1 mit seinem Lieblingswurf übers Brett, nicht zu verteidigen von Jekyll Foster. Trier mit 7 zu 2 vorne, guter Beginn von der TBB. Ipry dann im 1 gegen 1, jetzt suchen sie natürlich, will Seiferts nächste Foul anhängen, macht aber die Punkte. Mit 10 Sekunden auf der Uhr noch für die TBB, schönes Pick'n'Wall mit Seifert, Seifert mit der doppelten Finte. Boah, lässt er erst Ipry und dann Morley ins Nichts steigt. Der Sean Wood im Angriff für Albert Berlin, bekommt den Block gesetzt von Traoré, nimmt dann aus dem Block den Dreier, da sind dann ersten Punkte, der Sean Wood. Eric Linnert im Angriff für Trier gegen Zach Morley. Was macht er diesmal? Oh, nimmt den Dreier, der ist frisch! Oh, hohohohoho! 7 Sekunden noch für Jared Howell, muss irgendwas Schwieriges machen, 4 Sekunden noch, was macht Howell? Geht erstmal ganz weit raus gegen Traoré, dann ins Dribbling und dann mit dem ganz hohen Floater. Und da ist der Tip-In von Vita Jikoko, die boxen auch nicht aus. Gebt dann auch nochmal raus auf Morley, der muss einen ganz schweren Wurf nehmen, gibt nochmal raus auf Schafatsik, der mit letzter Sekunde, mit dem Dreier, der ist nicht drin. Und der Rebound, ganz harter Rebound von Nate Linnert, kann man auch einen Foul geben. Barry Stewart, Schopp auch an der Dreierlinie, wirft den Dreier und trifft sie! Oh, Barry Stewart! Alter Falter, was ein Beginn von der TBB Trier! Dann Waldo, der hat mir gut gefallen gegen Frankfurt. Wagner von außen mit dem Dreier. Oh, sie trifft alles! Forster traut sich dem Beruf nicht zu, jetzt nimmt er ihn doch gegen Mönninghoff. In your face! Von Schulze auf IP, der wird dann gut gedoppelt unter dem Korb, muss rausgehen auf Forster, der muss einen schweren Dreier nehmen. In your face, erneut gegen Mönninghoff! Wagner bekommt draußen den Ball, völlig freier Dreier! Völlig freier Dreier von Basti, Dorit und auch der sitzt! Ipihi im 1 gegen 1, da hat Vita Jikoko fast den Stil. Jetzt hat Saibou fast den Stil, aber Forster wieder mit dem Dreier und wieder ist er drin. So schnell geht's, wenn man einen Forster hat, der nimmt den nächsten Dreier und macht noch einen rein! Und Andi Seifert jetzt schon mit 8 Punkten in der Partie und der nächste Stil von Nate Lindert und der Dunkirk! Boom! Boom! Schakalaka! Bam! Von Nate Lindert, die Trierer mit einem Lauf, 44, 37. Ja, ja. Wobei ihn gerade auch, Hap hat auch Probleme in der Offensive, so ist es nicht. Ja, ja, ja. Jadovic zieht zum Korb gegen alle. Wahnsinn! Nicht zu stoppen! Rebound bei Nate Lindert. Und es ist tatsächlich so wie Henrik gesagt hat. Und Lindert vom Coast to Coast übers Brett mit Foul! Dann kriegt John wieder keinen Pfiff. Aufstieg wie auf der Center-Position. Zack Morley fängt den Dreier an, geht in den Mitteldistanz von Morley. Noch wenig zu sehen. Thompson kann das von außen, macht den Mitteldistanzgriff. Gut vorne gehalten. Morley vergibt den Wurf von außen. Dann ist Schafacek dran für den Dreier. Schafacek mit dem Dreier. Block gesetzt von Sven Schulze. Schafacek mit dem Dreier von draußen. Boom! Heiko Schafacek. Jetzt ein Stopp in der Verteidigung, Jungs. Auf geht's. Schafacek zieht zum Korb. Steckt schön durch. Oh! Wie nutzt der Block von Vita Ciccoco. Die Hand aus Zimbabwe. Erstmal der Einwurf kommt zu Mathis Mönninghoff. Mönninghoff am Mann. Schwerer Wurf von Mönninghoff. Oh! In your face gegen Sven Schulze. Seine ersten Punkte. Aber nur für zwei. Wurz wieder zu Traore. Traore verliert fast den Ball gegen Ciccoco. Hat noch fünf Sekunden, macht dann den Hook. Boah! Stark! Der Forster gegen Joshi Saigu. Oh! Wood frei von draußen. Mit dem Dreier. Rein Harper. Harper zieht erneut. Harper. Oh! Wunderschönes Apeinander. Mit dem Punkt mit all seiner Athletik. Ach! Der Rückstand. Harper macht auf jeden Fall beide Reihen. Trier mit 6 dran. Und dem Stil von Seth! Foul! Nate Leonard mit dem Dunk! Boom! Foul! Boom! Cedovic mit dem Foul gegen Harper. Daleco Mio, ey! Was'n Ding! 81-85. Ich stehe. Und Jared Howell bringt jetzt den Ball über die Mittellinie. Ryan Harper. Harper. Macht das wieder am 1 gegen 1. Nein! Stewart mit dem Dreier. Mit dem ganz schweren Dreier! Ist drin! Harry Stewart! Harry Stewart! Der Sean Wood. Die sind am Schwimmen hier. Die Jungs von der Spree. Wood mit dem Dreier. Boah! Der wär wichtig. Der ist nicht drin! Der Weeburn ist bei der TBB-Tree. Die können in Führung gehen! In der letzten Minute! Alter! Egal! Jetzt geht's! 21,9 Sekunden für Berlin! Forster mit dem direkten Dreier. Nicht drin! Weeburn ist bei! Schikoko! Block von Schikoko! Block von Schikoko! Block von Schikoko! Alle springen hoch! Ich springe nicht so ein Känguru! Alter Falter! Block von Schikoko! Block von Schikoko! Der wird gefoult und darf an die Freibauflinie. Ich raste aus hier. Witter Schikoko! Mach ihn, Junge! Mach ihn! Eier ihn rein! Witter Schikoko macht den zweiten vier Punkte vor! Jetzt laufen lassen! 15 Sekunden! Jetzt kein Foul! 15 Sekunden! Kein Foul! Bloß kein Endrunge! Wood zieht! Gut verteidigt! Da kommt der Dreier! Und der passt! 5,6 Sekunden! Noch ein Punkt Führung! Keine Auszeit übrig! Lennart wird gefoult! Von Itbihi darf an die Freibauflinie. 3,6 Sekunden noch! Wenn er beide macht, haben wir drei vorne und dann würde ich foulen! Es ist keine Auszeit mehr da! Es gibt keinen Einwurf von der Mitte! Egal was passiert! Ich werde bekloppt! Nate! Er kann jetzt die Saison seines Lebens, seines bisherigen Sportlerlebens mit diesen beiden Freibufen krönen! Der Erste ist reingeeiert! 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 Vorne auf den Ring, hinten auf den Ring rein! Es steht 88 zu 90 in Berlin! Jetzt der Zweite! Lennart konzentriert sich! Macht sie! Macht sie beide! Die Sensation! 3,6 Sekunden noch verwarnt! Der Froster muss einen ganz schweren Wurf nehmen! Nehmt ihn! Im Fade-Away! Trifft ihn nicht! Trier-Sie! Trier-Sie! Ja! Ja! Yes! 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 Geil, Jungs! Geil! Die Beko Basketball Bundesliga. Spürst du das Dribbeln?